Alles ist vorbei, alles ist vorbei. Keine Wurst zeigen einfach. Niemals so vorbei wie der hier. Alter, was ist mit euch los? Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr. Es ist 11 Uhr. Wieso sind da jetzt 100 Leute? Digga, geht mal nach Hause und trinkt Kaffee. Wir sind angekommen, Franz, und wir brauchen beide Story von diesem Nummernschild. Kaffee! Ich habe gehört, viele von euch sind schon da. Wir haben zwei Sprinter gemietet, holen die Ware ab, bauen danach den Shop auf und circa um 17 Uhr startet das auf Zapzarab mäßiger Weise. Wir sind erst jetzt fertig im Mediamarkt. Am Anakbot, um Alter. 10 Milliarden Sachen hier geholt. Alles für euch, Friends. Und da sind auch die ganze Zeit ein paar Keks am Start. Wild, Alter. Moin, Servus, Moin. Tina, 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 Tina. Das sind alle Paletten, alles, was wir einkaufen für den Laden. Wir sind ein bisschen spät dran, wir müssen uns jetzt auf jeden Fall gleich beeilen. Wir haben auf jeden Fall Deutschland und Mediamarkt gefickt gerade, Alter. Richtig krass, wir haben echt sehr viele Sachen geholt. Ich weiß, viele von euch warten schon vor dem Laden. Bitte verhaltet euch gegenseitig nett. Seid bitte respektvoll. Drückt nicht gegen die Fensterscheibe von dem Laden, der das uns gratis zur Verfügung stellt. Fuckt die Tankstelle nicht ab. Schlagt euch nicht untereinander wegen der Liste, wer als erstes drankommt und nicht. Ich werde versuchen, jeden von euch glücklich zu machen, auch wenn nicht jeder was gewinnt. Ich fahre jetzt nach Metro. Ich hole Getränke, Süßigkeiten, so. Im schlimmsten Fall kriegt ihr das, einen feuchten Handdruck, ein bisschen Ohrschrick und ein Foto, okay? Also, bitte verhaltet euch nochmal an. Ich küsse eure Augen. Bis gleich. Abo, wir haben einfach gerade einen PS4-Aufsteller geklärt. Ich habe keine Seele mehr. Übrigens, wenn ihr einen Sprinter braucht, checkt mal Mivea und Maestro. Damit ihr auch den Süßigkeitenbedarf bedeckt habt, Jungs, kommt ihr ein bisschen Süßigkeiten. Wir verspäten uns leider so eine halbe Stunde. Ich bin eine halbe Stunde da circa. Die Jungs bauen schon mal den Laden auf. Dafür haben wir Süßigkeiten, Essen und Getränke auch mitgebracht. Also, ich bin gleich nach vorne. Tut mir leider das Lengen da aus. Milano! Ende der Welt! Voll im Vindiga! Söder! Söder! Wir verteilen ein bisschen was zum Essen und so weiter. Und wir wurden unzingelt von diesen ganzen Leuten hier, Alter. Woh! Wow, was geht in die Hand, Jungs? Das war's, Freunde. Wir haben es endlich geschafft. Zehn Milliarden Fotos. Das war's. Jetzt kommen die letzten zwei Fotos. Oh, da sind noch zwei. Das war's. Und vielen Dank an alle, die da waren und irgendwelche Geschenke gebracht haben und sehr nett waren. Und für alle eure Worte, ihr seid die Besten. So, Leute. Eine Faust für Milano. Tapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptappt absolute erde das alles heute war nicht möglich hätte nicht diese location von dem ehrenbruder nico alter schreibt das autohaus ab für beste autopreise ohne mann für heute das alles nicht möglich oder bruder ich danke dir für diesen geiles tag war krass keine schwäche zeigen es war ein anstrengender gotteswichtiger tag wir genießen die aussicht mit morgen und die ganzen jungs hier chillen unsere eier rückblickend war es ein krasser tag ich bin glücklich euch glücklich gesehen zu haben aber traurig dass es auch einzelne gab die traurig waren sie nichts gewonnen haben sonst was aber es gibt ging mir nicht nur um irgend das verschenken sonst was ich wollte einfach meine community damit bisschen pushen und mich selber und sonst was das video wird auch gut ankommen ich mache öfter sowas und wir werden uns öfter sehen ich habe ein paar instagram stories gesehen das waren über 2000 leute da ihr habt euch auch einigermaßen benommen und so ich küss eure augen dankeschön für den tag ich bin sehr gespannt wie ihr das feiern werdet ja ihr seid die besten besoin看 auch auch oh das